Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Spätes Gastspiel des Winters. Schnee im April hält an. Sonderbericht. Spontane Schneefälle verwandeln April-Anschaften in Winterwunderland. War's das mit dem Frühling? Diese Frage stellen sich vermutlich viele Menschen in Deutschland, während sie die Schneeflocken betrachten, die vom Himmel fallen. Trotz des vor kurzem begonnenen Frühlings zeigt sich der Winter urplötzlich von seiner dominanten Seite und gibt, gerade als wir es am wenigsten erwarten, ein spätes Gastspiel. Der unerwartete Schneefall kommt trotz seiner Abwesenheit in den letzten Wochen unerwartet. Laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes, DWD, ist Schnee im April nicht das übliche meteorologische Ereignis. Kälteeinbrüche zu dieser Jahreszeit sind jedoch nicht beispiellos und das immer flexiblere Wettergeschehen aufgrund des Klimawandels könnte diesen Trend noch verstärken. In den sozialen Medien erscheinen Bilder von schneebedeckten Gärten, Parks und Straßen. Menschen, die gerade Frühlingsblüten bewunderten oder mit leichterer Kleidung die wärmeren Temperaturen begrüßten, fanden sich plötzlich inmitten eines winterlichen Aprils wieder. Ich habe gerade meine Winterkleidung weggepackt, kommentierte ein Nutzer auf Twitter, während ein anderer behauptet, ich dachte, wir hätten den Winter hinter uns gelassen. Experten mahnen zur Vorsicht, besonders für Pflanzen und Tiere. Die Deutsche Wildtierstiftung, DWS, warnt, dass plötzliche Kälteeinbrüche insbesondere für bereits aus dem Winterschlaf erwachte Tiere wie Igel oder viele Insektenarten fatal sein können. Auch viele Frühjahresblüher könnten unter dem späten Frost leiden. Insgesamt bleibt die Wettervorhersage für die kommenden Tage gemischt. Teile des Landes könnten sich noch auf weitere, wenn auch leichte Schneeschauer einstellen, während in anderen Gebieten das Thermometer wieder auf frühlingshafte Werte klettern wird. Eines ist jedoch sicher, trotz des unerwarteten Schnee im April, der Winter hat ein spätes Gastspiel gegeben, aber der Frühling wird zurückkehren. Verfasst von Anita Farke, Samstag, 24. April. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.